Endlich. Ein Wäschetrockner, der ihre Wäsche perfekt schont. Die neue Home Professional-Reihe von Bosch. Perfekt bis ins letzte Detail. Und der beste Trockner, den wir je gebaut haben. Die neue Active Air Technology nutzt effizient die bereits vorhandene Wärme immer und immer wieder. Das macht den Home Professional zum sparsamsten Trockner der Welt. Er verbraucht ganze 60% weniger Strom als die Energieeffizienzklasse A. Und er ist auch der einzige Trockner der Welt, der sich selbst reinigt. Flusen verstopfen mit jedem Trocknungsvorgang den Kondensator und erhöhen so den Energieverbrauch. Der revolutionäre Self-Cleaning-Kondenser reinigt sich automatisch selbst. So sparen sie sich das mühevolle Reinigen und viel Energie, denn ihr Trockner bleibt ein Geräteleben lang in der besten Energieeffizienzklasse. Aber die besten Flusen sind die, die gar nicht erst entstehen. In der speziellen Großraumtrommel wird die Wäsche von unten mit warmer Luft durchströmt und so schonend und gleichmäßig getrocknet. Der sparsamste Trockner der Welt, selbstreinigend und sanfter zur Wäsche. Das ist der neue Home Professional. Und für alle, die auch waschen wollen wie ein Profi, die neue Home Professional Waschmaschine von Bosch. Bosch. Technik fürs Leben.